Ja, das ist der Impfbus. Der Impfbus kommt, der Impfbus ist schon da und zwar heute am ersten Tag in Kaiserslautern. Der Impfbus ist eine Aktion der Landesregierung Rheinland-Pfalz. Wir haben im ganzen Land etwa eine Impfquote von, naja, fast zwei Drittel so ungefähr, zumindest bei den Erstgeimpften. Aber das soll doch deutlich mehr werden, denn ja, Impfen ist die beste, wie sage ich, Prophylaxe für den Weg, den wir gehen müssen. Und das sagt nämlich hier mein Gesprächspartner Benjamin Stöber. Er ist ja vom DRK, der ist ja Teamleiter hier in dem Team 5.1, das erste Team, das hier in Kaiserslautern den Impfbus betreut. Was ist denn Sinn und Zweck dieser Aktion? Genau, erstmal Hallo an alle. Benjamin mein Name. Wir machen heute diesen Impfbus. Das heißt, wir versuchen jetzt wirklich nochmal die Impfung an den Mann zu bringen. Das heißt, wir haben gemerkt, okay, es gibt eine kleine Sättigung in den Impfzentren. Wie so das entsteht, schwer zu sagen. Aber wir versuchen jetzt alle Mittel und Wege zu gehen, um wirklich den Leuten die Impfung bis vor die Haustür zu bringen. Das heißt, wenn sie jetzt einfach arbeitstechnisch keine Zeit haben, wenn das mit den Terminen nicht klappt, dann gehen die Leute aber auf jeden Fall einkaufen. Und dann sind wir da. Wir stehen am Einkaufswagen mit den Leuten. Wir nehmen die an die Hand. Wir sagen, kommt rein, lasst euch impfen. Danach könnt ihr den Einkauf machen und ihr habt den Schutz. Und das ist das Wichtige, was wir erreichen wollen. Schön und gut, dass wir auf die 60 Prozent zugehen. Wir brauchen aber unbedingt eigentlich mehr. Wir brauchen die 80 Prozent. Das wäre wünschenswert. Und die Landesregierung möchte jetzt einfach mit Kooperationen, mit den Impfzentren, mit uns zusammen. Wir möchten das einfach steigern. Und da ist jetzt die beste Möglichkeit zu sagen, hey, kommt spontan vorbei. Wir sind bei euch am Supermarkt. Lasst euch impfen. So, heute Morgen ging es los. Hier in Kaiserslautern ist ja nicht die einzige Station. Wo wird das denn noch eingesetzt? Ja, genau. Also wir haben insgesamt sechs Impfbusse am Start. Unter anderem in Ludwigshafen, in Mainz, in der Region Trier sind die unterwegs. Das gibt ein ganz großes Programm. Der Bus ist immer an jedem Tag woanders unterwegs. Ab und zu sogar zwei Termine am Tag. Heute sind wir hier am Anfang an der Wasgau. Ab 14 Uhr findet man uns auch am Pennymarkt in der Merkurstraße. Einfach vorbeikommen, wer will. Er wird geimpft. Was muss man denn mitbringen, um hier heute beziehungsweise an diesen anderen Sonderimpftagen geimpft zu werden? Genau. Also einfach die Lust und die Interesse am Impfen. Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Und selbst wenn man unentschlossen ist, kommen Sie vorbei. Wir reden mit Ihnen. Wir haben unsere Ärzte da. Die helfen Ihnen einfach die Entscheidung zu treffen, dass die Impfung doch positiv ist. Nicht nur für sich selbst. Man schützt auch andere. Kommen Sie vorbei. Wenn Sie ein Impfbuch haben, bringen Sie das mit. Ansonsten gar nicht schlimm. Wir haben Impfeinleger. Wir machen alles mit Dokumenten hier. Sie bringen die Freude mit. Wir bringen den Impfstoff. Also Herkommen, Personalausweis und dann wird man geimpft. Korrekt. Prima. Der Impfbus, der fährt ja noch eine ganze Weile hier bei uns im Südwesten durch die Gegend. Auch im Landkreis Kaiserslautern. Auch nochmal in der Stadt Kaiserslautern. Alle Termine wie immer auf unserer Website www.wiramlandkreis.de. Dort kann man sich alle Orte, alle Stationen und alle Uhrzeiten nochmal anlesen. Vielen Dank, Benjamin Stöber. Aber jetzt sehe ich doch neben uns eine Impferin, nämlich Renate Stöber. Ganz in blau und in ganzer Schutzkleidung. Sie sind, naja, es kann man erstmal sagen, gleiche Zunahme. Ja, sie sind die Mutter und eigentlich ist ja fast überflüssig, Sie hier in der Region bei uns vorzustellen, weil jeder kennt Sie, Deutsches Rote Kreuz, Renate Stöber, sehr viel auch in der Nachwuchsausbildung tätig, hier im Impfbus gleich mit dem Einsatz. Wie war es denn heute Morgen? Also heute Morgen, wir sind selbst ganz überrascht gewesen. Wir haben uns darauf gefreut, es kommt jetzt ein Bus, zwar etwas mit Verspätung, aber so, ja, dann hieß es, jetzt muss erstmal alles aufgebaut werden. Jeder ist mit Begeisterung dabei. Unser Wunsch ist, dass viele, viele Leute kommen heute, sich impfen lassen. Das Wetter spielt ja auch mit, also was wollen wir eigentlich mehr? Wir haben genügend Impfstoff dabei und wie gesagt, wie Benjamin schon gesagt hat, wir haben den Impfstoff, jetzt liegt es nur noch an den Leuten, dass die zahlreich kommen. Bei den Impfstoffen gab es ja in den letzten Monaten immer, nennen wir es mal, ein paar Irritationen. Welchen Impfstoff haben Sie jetzt heute mit an Bord? Wir haben heute Johnson & Johnson und den Beintec. Wie sind denn so die ersten Erfahrungen jetzt in den letzten Stunden hier am Waskau Supermarkt? Also ich habe jetzt schon einige geimpft. Die Leute sind wirklich glücklich darüber, dass der Bus gekommen ist. Und viele im Moment lassen sich mit Johnson & Johnson impfen, weil das ist eine Impfung. Und viele wollen ja auch in Urlaub fahren. Und ich muss sagen, die Aufregung ist groß, ja, Impfung, man hat ein bisschen Angst. Und wenn es rum ist, wie, ist schon fertig, ich habe gar nichts gemerkt, dann sage ich immer, ja, so sollte es sein. Aber zum Abschied bekommen Sie noch ein Pflaster von mir geschenkt. Für den Urlaub, im Falle, wenn auch was sein sollte. Sie kommen ja mit den Leuten ins Gespräch. Und ich habe auch gesehen, im Hintergrund sieht man das ja, ist ja doch eine ganze Schlange an Menschen. Also ist ja doch erstaunlich, dass so viel das Angebot durchaus wahrnehmen. Konnten Sie in den Gesprächen so ein bisschen raushören, weshalb die Leute sich bisher nicht haben impfen lassen? Ja, teilweise ist es so. Ich frage ja die Leute, warum sind sie noch nicht geimpft? Ja, der Hausarzt, mein Hausarzt, der impft nicht. Dann sage ich, wir haben ja die Impfzentren. Ja, bis man einen Termin bekommt. Also sind viele Leute, die so ungeduldig sind. Und deswegen ist es eigentlich jetzt eine große Chance, mit einem Impfbus viele Leute zu erreichen. Man sieht ja, deswegen geht man ja an Märkte. Die Leute gehen einkaufen, also was gibt es noch Leichteres? Und der eine Mann sagte zu mir, ach Renate, ich wohne gar nicht weit, ich brauche nur über die Straße. Die Bequemlichkeit spielt auch eine große Rolle bei vielen Leuten. Die wollen auch nicht warten, wie in den Impfzentren. Bei uns kommen sie, die werden aufgeklärt. Sind Fragen da, unser Teamleiter hat ein offenes Ohr. Der ist so toll, der spricht. Wir haben Ärztinnen, die auch nochmal aufklärt. Also jeder bekommt die Frage, die er stellt, auch gut und gewissenhaft und korrekt beantwortet. Vielen Dank, Renate Stöber. Also, Impfen ist ein G, dieser 3G-Strategie. Heute noch bis 12 Uhr hier im Waskau-Supermarkt. Nachmittags ab 14 bis 18 Uhr dann nochmal hier in Kaiserslautern. Und zwar im Gewerbegebiet West, dort am Penny, am Penny-Supermarkt in der Merkurstraße. Alle weiteren Termine, wie gesagt, auf unserer Website www.wiramlandkreis.de. Und ich denke, wir verlinken das auch nochmal in Stadtecho. Vielen Dank Ihnen beide. Gutes Gelingen. Dankeschön.